Hallo! Bist du bereit? Ja. So, bitte. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Talk. Uuuuuh. Auuuuh. Nicht so laut. Hier schläfeln und schläfen. Hier gibt es noch Leute in den Haus. Okay, ähm, das ist mein allererstes Gewinnspiel auf meinem Kanal. Vielleicht doch nicht das letzte, der letzte? Nein. Wenn du wieder gewinnst. Okay. Ja, gewonnen habe ich ja jetzt schon wieder. Haha. Also, folgendes ist passiert. Ich habe einen anderen Kanal, Red Dog Gamble, für Leute, die das nicht wissen. Da spiele ich immer ein Spiel und dann gewinne ich ab und zu mal Sachen. Die Sachen, die ich nicht brauche, die verlose ich bei Red Dog Gamble. Wenn sich keiner drauf meldet, dann probieren wir sie einmal zu verkaufen. Wenn sich darauf auch keiner meldet, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Hahaha. Deswegen, ihr habt jetzt die Chance, eine Maus, eine Gaming Maus zu gewinnen. Bitte. Das ist eine Bluetooth Maus. Ich mag keine Bluetooth Mäuse. Deswegen habe ich mir gedacht, was soll ich mit sowas? Verlose ich das bei Red Dog Gamble? Nein, wollte keiner haben? Mhm. Dann, wollte man verkaufen? Nein, wollte keiner haben? Jetzt seid ihr dran, wer will die haben? Und ihr müsst folgendes machen. Was müssen sie machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, weswegen schaut ihr meinen YouTube-Kanal? Also Red Dog Vlog ist das erste. Und ihr müsst reinschreiben, dass ihr die Maus haben wollt. Warum? Genau. Warum? Warum? Schaut ihr meinen. Die Frage ist halt. Weil ihr schreibt rein, ich möchte die Maus haben. Und warum möchtest du das haben? Blum, 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 blum. Weil ich die Fahrradvideos witzig finde. Oder die, die Urlaubsreisen schön sind. Oder wie auch immer. Ihr könnt auch reinschreiben, was ich besser machen soll. Nee. Nein, nein. Nein. Ihr müsst nur reinschreiben, warum. Schaut ihr meinen Kanal. Und dass ihr die Maus haben wollt. Bedingung ist aber. Ihr müsst in Deutschland leben. Ja. Weil wenn ich das ins Ausland verschicke. Zu teuer. Dann würde ich nochmal einen doppelten Preis sagen. Was die Maus eigentlich kostet. Und deswegen. Ihr müsst nur reinschreiben, dass ihr die Maus haben wollt. Warum ihr meinen YouTube Kanal schaut. Und ihr müsst in Deutschland leben. Dann nach einer Woche. Wie viel Zeit geben darf? Eine Woche. Nach einer Woche. Nach einer Woche. Ähm. Schreibe ich den. Die Person an. Per Kommentar. Wir machen das schon irgendwie. Ich schreibe einen Kommentar. Und. Ihr könnt auch verantworten. Oder. Irgendwie machen wir das schon. Auf jeden Fall schreibe ich dann den Kommentar rein. Du hast gewonnen. Und blum, blum, blum. Mach ich das schon irgendwie von allein. Hoffentlich geht das schon. Denke ich mal. Sonst noch etwas? Dazu. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann natürlich viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. I am öhling.